So oder so ähnlich könnte die Landtagswahl in Brandenburg ausgehen. Das hier sind die neuesten Wahlumfragen kurz vor der Landtagswahl im dritten östlichen Bundesland, das 2024 wählt. Die AfD hatte bereits die Landtagswahl in Thüringen gewonnen und in Sachsen wurde die Partei zweitstärkste Kraft. Anders als in Sachsen heißt der Kampf der Parteien in Brandenburg aber nicht CDU gegen AfD, sondern ausnahmsweise mal SPD gegen AfD. Was wird in Brandenburg passieren? Welche Auswirkungen könnte das eigentlich auf die Bundespolitik am Ende haben? Und wie steht es eigentlich nach den Landtagswahlen um die Ampel-Bundesregierung? Könnte es vorgezogene Neuwahlen für den Deutschen Bundestag geben? Darum geht es in diesem Video. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Video. Abonniert gerne und wie krass wäre es, wenn wir es 2024 noch schaffen würden, die 100.000er Abonnentenmarke zu erreichen. Das wäre ziemlich krass für mich und für uns. Also abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn wir verstehen wollen, warum diese Landtagswahl in Brandenburg so wichtig und bedeutend ist, dann müssen wir vor allem mal in die Vergangenheit schauen. Wir schreiben das Jahr 1990. Es findet in Brandenburg zum ersten Mal nach der DDR-Zeit eine Landtagswahl statt und die SPD gewinnt die Wahl ganz klar. 38,2 Prozent aller Stimmen bekommen die Sozialdemokraten, gefolgt von der CDU. Fun Fact, damals traten die Grünen und Bündnis 90 noch getrennt voneinander an, seht ihr hier. Und seit 1990 hat sich in Brandenburg am Wahlsieger der Landtagswahlen nichts geändert. Nur vier Jahre später, sprich 1994, bekam die SPD sogar die absolute Mehrheit im Parlament und erhielt 54,1 Prozent aller Stimmen. Und wenn wir jetzt all die Jahre durchgehen, dann seht ihr 1999, die SPD ist vorne, 2004, die SPD ist vor der Vorgängerpartei der Linken, also der PDS vorne. Auch 2009 ist die SPD vorne, vor den Linken, die jetzt eben von der PDS zur Linken wurden. Auch 2014 ist die SPD vorne. 2014 kommt übrigens die AfD zum ersten Mal in den Wahlergebnissen in Brandenburg vor mit 12,2 Prozent. Ja, und das bringt uns auch zur vergangenen Landtagswahl im Jahr 2019, denn kurz vor der Pandemie gewann die SPD mit 26,2 Prozent. Gleichzeitig machte die AfD immer mehr Boden gut und landet auf Platz 2 mit 23,5 Prozent. Dass die AfD also in Brandenburg stark ist und sehr wahrscheinlich auch 2024 stark sein wird, ist jetzt nicht eine große Überraschung. Wenn wir uns aber mal die aktuellsten Wahlumfragen aus Brandenburg anschauen, dann sehen wir, dass es eine realistische Chance gibt, dass zum ersten Mal eben nicht die SPD die Gewinnerpartei in Brandenburg wird, sondern die AfD. Ich würde von euch in den Kommentaren wissen, wird die Ampel eigentlich frühzeitig zurücktreten, vor der Bundestagswahl 2025? Das heißt dann, wenn wir nicht automatisch Neuwahlen, wie ich gleich nochmal erläutern werde. Eure Meinung dazu in die Kommentare. Also nicht, was ihr wollt, sondern was die Ampel tun wird, was ihr denkt, was die Ampel tun wird. Wenn wir verstehen wollen, was in Brandenburg passieren kann, müssen wir auch einen längerfristigen Blick auf die Wahl werfen. Fangen wir mit der AfD an. Die AfD konnte vor allem Mitte 2022 und spätestens 2023 in Wahlumfragen einiges am Boden gut machen und bis heute sich auf Platz 1 etablieren, während die SPD ihren Status an die FDP, FDP? An die AfD verlor. Gleichzeitig wird die Arbeit der einzelnen Parteien im Landesparlament aber unterschiedlich positiv bzw. negativ bewertet. Die Arbeit der SPD zum Beispiel erhält bei einer Umfrage im Auftrag des ZDF ein Durchschnittswert von 0,6% bei einer Skala von minus 5 bis plus 5. Also durchaus im positiven Bereich, während die Arbeit von so gut wie allen anderen Parteien wie der CDU, der AfD, der Linken und der Grünen usw. usf. im negativen Bereich liegt. Die AfD wird am schlechtesten bewertet mit minus 2,4. Hinzu kommt obendrauf noch, dass der aktuelle Ministerpräsident Dietmar Woidke echt beliebt ist in Brandenburg. Er ist mit ganz großem Abstand der beliebteste Spitzenkandidat unter allen Parteien. So und auch wenn die AfD zwar ziemlich Boden gut gemacht hat und die Wahl womöglich auch gewinnt, viele wollen die AfD trotzdem nicht an der Spitze der Landesregierung sehen. Hier, welche Partei sollte nach der Landtagswahl die Regierung führen? Die SPD führt diese Frage deutlich an. So Leute, und jetzt noch was ganz Besonderes. Du und eine Person deiner Wahl bekommen ein Jahr lang das Spiegel Plus Abo geschenkt. Ja, der Spiegel verschenkt nämlich 15.000 Abos bzw. 30.000 Zugänge für dich eben und eine Person deiner Wahl. Verteilt wird das nach dem First Come, First Serve Prinzip, solange eben der Vorrat reicht, für alle unter 30 Jahre. Damit bekommt man auf jeden Fall alle digitalen Inhalte kostenlos. Die Idee dahinter, jedes Thema braucht jemand, mit dem man darüber sprechen kann. Darum verschenkt eben der Spiegel 30.000 kostenlose Zugänge an dich und eben den Menschen deiner Wahl. Komplett kostenlos, für ein Jahr lang und das Abo läuft automatisch aus, ohne irgendwelche unerwarteten Kosten. Und es ist kein Gewinnspiel. Wer also schnell genug ist und auf den Link in der Videobeschreibung klickt oder im angepündeten Kommentar, da ist ja auch nochmal verlinkt, da drauf klickt, der kann sich einen der 30.000 Zugänge sichern. Holt es euch und schreibt mir in die Kommentare, ob es geklappt hat. Ich bin sehr gespannt. Nachrichten kostenlos für ein Jahr, was will man mehr. Schon seit einiger Zeit finden die Menschen in Brandenburg, dass das Thema Asyl, Zuwanderung, Integration das wichtigste Problem sei. Gefolgt von Schule, Infrastruktur, AfD und Energie. Und von allen Parteien bekommt die AfD hier von den Menschen in Brandenburg am meisten Kompetenzen zugeschrieben. Übrigens eine kleine persönliche Randnotiz von meiner Seite an der Stelle zu diesem Thema Kompetenzen. Ob die Frage nach Kompetenzen oder Kompetenz wirklich so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Egal ob bei den Grünen mit Klima und Energie, der FDP mit Wirtschaft oder der AfD mit Migration. Für mich persönlich spiegelt diese Frage nicht wieder, wer ernsthaft am meisten Kompetenzen hat, sondern welche Partei im Marketing eine gute Arbeit geleistet hat. Sprich, hat die AfD oft genug über Migration gesprochen, wird die Partei bei diesem Thema auch mit vielen Kompetenzen versehen. Also diese Frage nach Kompetenz finde ich immer etwas schwierig. Übrigens, wie oft erwähnt die SPD, dass sie für soziale Gerechtigkeit steht. Und wer bekommt von den Bürgern in Brandenburg die meisten Kompetenzen zugesprochen bei dem Thema? Klar, die SPD. Und dann ist es auch keine große Überraschung, dass die AfD in den Umfragewerten so weit vorne liegt. Und das liegt laut Politikwissenschaftler Werner Krause vor allem an der Dominanz des Themas Zuwanderung. Tendenziell profitieren Rechtsaußenparteien davon, wenn sich die öffentliche Debatte auf dieses Thema konzentriert oder gar verengt. Hinzu kommen, dass SPD und CDU zunehmend eine restriktivere Politik in diesem Bereich fordern. Nochmal zurück zur Landtagswahl. Einmal mehr sehen wir aber auch in Brandenburg, dass die Menschen sich bei der Wahl ihres Landtages sich sehr von bundespolitischen Themen leiten lassen. Hier seht ihr es mal eingeblendet. Ganze 38 Prozent sagen, dass die Bundespolitik wichtiger, wichtiger ist als die Landespolitik für ihre Wahlentscheidung bei der Landtagswahl. Mal abgesehen von der SPD und AfD wird auch in Brandenburg eine Partei wieder ein ganz großes Thema sein, nämlich klar, BSW. Das Bündnis Sarah Wagenknecht. Aktuell scheint das Bündnis ungefähr so stark zu sein wie die CDU, aber anders als in Thüringen oder Sachsen gibt es zumindest mal voraussichtlich möglicherweise auch eine Landesregierung, die ohne BSW-Beteiligung zustande kommen kann. Hier seht ihr mal die verschiedenen Versionen eingeblendet, die kommen könnten. Viele Optionen mit der AfD werden nicht zustande kommen, da die Parteien es ausgeschlossen haben, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und hier seht ihr auch eine kleine Option, wofür es kein BSW braucht. Eine Landesregierung aus SPD, CDU und Grüne. 46 von 88 sitzen. Also könnte es genauso weitergehen wie bisher aktuell auch, denn bisher regierten eben SPD, CDU und Grüne zusammen in Brandenburg. Das Problem ist aber, dass die Grünen mit großer Wahrscheinlichkeit abrutschen werden von ihrem Wahlergebnis von 2019. Damals erhielt die Partei 10,8 Prozent in Brandenburg. Dieses Mal 2014 kratzt die Partei wohl an der 5-Prozent-Hürde und es steht nicht fest, ob die Partei es überhaupt schafft, in den Landtag einzuziehen. Wenn die Grünen es allerdings nicht in den Landtag schaffen sollten, dann sieht es mit der Koalition wieder etwas dünner aus. Denn wie ihr hier seht, wäre dann nur noch eine Landesregierung aus SPD, CDU und BSW möglich. Ihr seht auch noch eingeblendet eine Landesregierung nur aus SPD und CDU, wenn es die Grünen nicht in den Landtag schaffen. Aber die beiden Parteien haben mit den aktuellen Umfragewerten zumindest weniger als 50 Prozent der Sitze im Landtag. Es könnte natürlich passieren, dass SPD und CDU noch ein paar Prozentpunkte hinzulegen und so eventuell am Ende insgesamt zwei Sitze mehr im Landtag hätten und dann auch die Mehrheit im Landtag haben. Also eine rot-schwarze Regierung könnte möglich sein, wenn die Grünen es nicht in den Landtag schaffen. Eine andere Partei wird mit großer Sicherheit aus dem Landtag herausfliegen und das wird dann schon durchaus historisch. Die Linke, 2019 kam die Partei noch auf 10,7 Prozent, jetzt wird sie wohl bei drei Prozent landen und wäre damals aus dem Landtag raus. Aufgrund der Fünf-Prozent-Hürde, um überhaupt in einen Landtag einzuziehen. Das ist deshalb historisch, da die Linke früher auch als PDS immer im Landtag vertreten war, wie ihr gerade eben auch schon gesehen habt, und auch Teil von einer Landesregierung war. Die FDP übrigens spielt überhaupt gar keine Rolle bei dieser Wahl. Sie wird unter Sonstiges geführt. Zu guter Letzt müssen wir aber nochmal auf die SPD schauen, denn offensichtlich ist vielen Wählern die Bundespolitik für ihre Wahlentscheidung wichtiger als die Landespolitik. Sollte die SPD Brandenburg verlieren, also an die AfD verlieren und nicht mehr stärkste Kraft werden, dann würde nicht nur Ministerpräsident Dietmar Woidke zurücktreten, wie er angekündigt hat. Nee, auch die Bundes-SPD könnte ihre Haltung nochmal überdenken. Zugegeben, nach wie vor gibt es keine Einzeichen dafür, keine Ernsthaften zumindest, dass die Ampel zurücktreten würde, wenn es hart auf hart kommt. Aber wenn es einen Moment dafür geben könnte, sich nochmal ernsthaft darüber Gedanken zu machen, dann diese Landtagswahl. Denn viele weitere Wahlen gibt es vor der Bundestagswahl 2025 nicht mehr. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal alle daran erinnern, dass es übrigens keine Neuwahlen braucht, um eine neue Bundesregierung aufzustellen. Mit dem Bundestagswahlergebnis von 2021 lassen sich übrigens noch andere Regierungskoalitionen und Konstellationen formen, wie zum Beispiel SPD und CDU, CSU. Die hätten eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Also alle schreien ja immer so nach Neuwahlen und rufen das erstmal so, aber ja, aufgrund des Wahlergebnisses wäre noch was anderes möglich. Wäre auch vermutlich eher mal der erste Schritt, bevor es überhaupt zu Neuwahlen kommt. Bevor man überhaupt Neuwahlen ausruft, sollte man, oder kann man zumindest alle anderen Optionen erstmal ausloten. Aber wie gesagt, eure Meinung zu diesem Thema mal in die Kommentare. Wird die Ampel-Bundesregierung ernsthaft darüber nachdenken, vorzeitig die Segel zu streichen? Also nicht, was ihr wollt, sondern was die Ampel macht. Das ist der Unterschied da an der Stelle. Ab mit eurer Meinung in die Kommentare und schaut euch diese Reportage von mir an. Ich bin auf den Spuren von Apache unterwegs gewesen hier in Ludwigshafen. Und ob die Gartenstadt, die Apache ja so seinen Songtext beschreibt, wirklich so hart ist. Und ich kann nicht sagen, es wird emotional. Und ich zeige da eine Seite von mir, die ich so auf meinem Kanal noch nie gezeigt habe. Also unbedingt reinschauen hier.